Rund 2600 Fans waren Freitagabend zum Liga-Zwar-Topspiel auf die hohe Warte gepilgert. Auf sportlicher Ebene konnten die Floridsdorfer einen 2-0-Rückstand aufholen. Der SV Horn fiel nach einer 2-0-Pleite auf den 11. Tabellenplatz zurück. Bereits nach 40 Sekunden lag St. Pölten bei Stripfing in Front, dann wendete sich das Blatt und der Aufsteiger siegte mit 4 zu 1. Die Wolf-Brigade begleitete und unterstützte ihren SKN dabei. Die Admirar musste zur nicht ganz fangerechten Anstoßzeit in die Mozartstadt zu den Jungbullen. Rund 30 treue Südstädter traten die Reise ins 300 Kilometer entfernte Salzburg an. Die Mannschaften remisierten. Für den GAK stand gegen Bregenz das zweite Gipfeltreffen binnen zwei Wochen an. Mit dem Sektor 22 als 12. Mann im Rücken gelang den Roten Grazern der nächste Erfolg, womit man die Führung ausbauen konnte. Die SV Ried gastierte bei Tabellenschlusslicht am Stetten. Die Szene rund um Supras und Glory Boys sorgte im Mostviertel für gute Stimmung. Die Invertler drehten die Partie zu einem 3 zu 2, womit man auf den sechsten Rang rückte. Nach dem kleinen Patzer im Ländle ging es für die Violetten Salzburger gegen St. Johann. Auf einem Spruchband der Curva Viola hieß es, Gerechtigkeit für die 135 Opfer von Canjuruan. Damit richtete man sich an die Katastrophe im Canjuruan-Stadion 2022. Mit einem 3 zu 1 Erfolg kehrten die Mozartstädter zurück auf die Siegestraße. Wacker Innsbruck gastierte als amtierender Derbysieger in Pruz. Hinter einem Wacker Innsbruck-Banner gab es seitens der Tivoli Nordfahnen und Rauch. Oberland West unterlag dem FCW mit 0 zu 3. Für mehr solcher Videos abonniert gerne den Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017